Hallo und herzlich willkommen zu let'splaymeeting2.de Pryos. Ja, mal wieder ein bisschen Up-Session angesagt. Die Sachen wurden von Nordi gesponsert. Und joa, das war gerade recht spontan. Und ich würde sagen, fangen wir direkt mal an. Ja, mein Inventar ist gerade ein bisschen unaufgeräumt. Da Angriff Plus-FBs und so weiter. Äh, da habe ich übrigens schon über 15 gelesen und es ist immer noch M2. Das heißt, läuft nicht so gut. Aber fangen wir direkt mal mit dem Schlachtschwert an. Das ist versagt. Laufen wir weiter. Richtung Juwelier, würde ich sagen. Na, wir haben ja zwei Rüssis noch, Plus-8. Da muss da was Plus-9 gehen. HTUs kommen schon kaputt. Super. Weiter zum Rüssi-Schmied. Läuft nicht wirklich gut gerade. Auch die letzten Up-Sessions, die ich gemacht hatte, waren nicht so dolle, ne? Dann, schwarze Kleidung. Plus-9, was los? Ja, und Schwarzwind-Anzug kaputt. Aber immerhin, hier ziehe ich eben mal das Kostüm aus. Schwarze Kleidung plus-9. Ja, herzlichen Glückwunsch, Nordi. Ja, noch ein paar Infos. Den Char X-Fossi, den werde ich dann, wenn ich nachher noch Zeit finde, auf jeden Fall gleich schon anfangen zu spielen. Da ist schon ein bisschen EQ drauf. Das heißt, wir haben, oder Nordi hat mir da ein bisschen was EQ gegeben. An EQ gegeben. Ähm, ich selber habe auch was drauf gepackt. Das heißt, das wird sehr schnell vorangehen. Ähm, ich denke mal, ich werde den bis Level 40 oder so, ähm, leveln. Und dann werde ich anfangen, den in SC2 zu stellen mit meinen anderen Chars-Leveln und so weiter. Ähm, werde ich aber da noch näher drauf eingehen. Gut. Dann würde ich sagen, wartet ab, bis die Let's Play-Reihe richtig anfängt mit X-Fossi. Und dann sage ich jetzt auch wieder Ciao. Das war's dann. Ich bin raus. Bis dann. Grüße, Fossi.